Heiligkeit, liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist nicht eine Sache für einige wenige Auserwählte. Ganz im Gegenteil. Zur Heiligkeit, und das ist auch die Botschaft des heutigen Festtages, uns das erneut in Erinnerung zu rufen, zur Heiligkeit sind wir alle berufen und zwar ohne jede Ausnahme. Das ist es, was Gott von euch will, eure Heiligung, schreibt deshalb auch der Apostel Paulus einmal den Thessalonichern. Das Evangelium, das wir eben gehört haben, mit den Seligpreisungen, der Bergpredigt, will uns einen Weg zur Heiligung aufzeigen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber vielleicht fällt Ihnen ja spontan ein, wann Sie das letzte Mal so richtig selig waren. Vielleicht bei einem unbeschwerten Zusammensein mit guten Freunden, mit Menschen, die in Ihrem Herzen einen Platz haben, am Tag ihrer Eheschließung, bei der Geburt ihres Kindes, nach einer schweren und dann, Gott sei Dank, glücklicherweise überstandenen Krankheit. Wir wissen, so etwas kann zu diesem angenehmen Ausnahmezustand führen, den wir mit dem Begriff Seligkeit umschreiben. Seligkeit, das ist eine überwältigende Freude. Das ist in nicht zu Worte fassendes Glück. Seligkeit, das ist der Zustand vollkommener Befriedigung und absolute Wunschlosigkeit. Wunschlos, glücklich, glückselig. Wer von uns möchte das nicht wenigstens einmal von Zeit zu Zeit so erfahren? Wie kann ich diesen Zustand erreichen? Wie kann ich in der eigenen Glückseligkeit, wie kann ich der ein Stück auf die Sprünge helfen? Nichts leichter als das, sagt die Werbung. Die Tiefkühlpizza im passenden Ambiente zu zweit genießen. Im Traumauto über menschenleere Straßen dahingleiten. Die teuren Markenklamotten vor den bewundernden Augen der anderen spazierend tragen. All das macht selig. Sofort und hier und jetzt. So jedenfalls findige Werbefachleute. Dass das nicht funktioniert, wissen wir ehrlich natürlich auch alle, auch wenn wir uns das manchmal anders ersehnen. Glück, das kann man eben nicht kaufen. Man wird nicht selig durch Genuss. Gibt es etwas, was ich aktiv dazu beitragen kann, dass sich bei mir Glückseligkeit einstellt? Ist wahre Seligkeit tatsächlich ein Zustand, den ich schon in diesem Leben erreichen kann? Im Evangelium antwortet Jesus heute auf diese Fragen. Selig, die arm sind vor Gott, sagt er, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sollen auch die Trauernden sein und die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Arme, Trauernde, Hungernde, Verfolgte, Verleumdete, Geschmähte. Wird da nicht Menschen Seligkeit zugesprochen, die nach unserer Vorstellung alles andere als glücklich und erst recht nicht selig sind? Und es geht dann auch noch weiter. Selig sollen auch die sein, die barmherzig sind und die Frieden stiften. Das ist, liebe Schwestern und Brüder, ein richtiges Kontrastprogramm, was uns Jesus da heute zumutet. Ein Kontrastprogramm zu dem, was wir sonst alles so unter Seligkeit verstehen. Heißt das nun, dass nur Arme, dass nur Menschen ohne Geld, ohne Arbeit, ohne Einkommen, ohne ausreichende Nahrung in den Himmel kommen, muss ich meine gesicherte Existenz, mein wohleingerichtetes Leben, meine Ersparnisse und alle sonstigen Annehmlichkeiten aufgeben, um glücklich zu sein? Das kann es doch wohl nicht sein. Die Erfahrung zeigt doch, hast du was, dann bist du was. Besitz, Sicherheit, Ansehen, Erfolg, Macht, Unabhängigkeit. Das ist es, was Menschen augenscheinlich glücklich macht. Und daran arbeiten wir mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Den vermeintlichen Himmel auf Erden schaffen wir uns mit dem nötigen Kleingeld aus eigener Kraft. Geht das so einfach? Was ist, wenn wie gegenwärtig Geld und Kapitalanlagen ihren Wert verlieren, die Energiekosten explodieren und der bescheidene Wohlstand, den wir irgendwie uns erarbeitet haben, nicht zuletzt gerade auch mit Blick auf diesen Krieg hier bei uns in Europa zerrinnt? Was ist, wenn der schulische, wenn der berufliche Erfolg ausbleibt? Was, wenn Beziehungen zerbrechen, weil Menschen, die einander Halt geben wollen, überfordert sind? Was, wenn das Ansehen schneller schwindet, als man denken kann? Dann ist man mittellos. Dann ist man bedürftig. Dann ist man arm und sicherlich nicht besonders glücklich. Glücklich sein dürfen alle, die arm sind vor Gott, heißt das heute in den Seligpreisungen. Und wer sind diese Armen vor Gott? Offensichtlich, liebe Schwestern und Brüder, geht es hier gar nicht so sehr um materielle Armut. Arm sein vor Gott, da geht es darum, wie einer vor Gott steht. Da geht es um eine Haltung. Es geht darum, welche Beziehung ich zu Gott habe. Und es geht um die Einsicht, wer ausschließlich das Sichtbare für wahr hält, Wer allein auf die Karte der materiellen Sicherheit setzt, der wird das wahre Glück, der wird die Seligkeit nicht finden. Wer Seligkeit erfahren will, für den führt der Weg über den Offenbarungseid, über den Offenbarungseid vor Gott. Und mit leeren Händen bin ich durch Gottes Willen in diese Welt gekommen. Und mit leeren Händen werde ich einmal durch Gottes Willen auch aus dieser Welt gehen. Ganz gleich, ob arm, ob reich, mein Leben lang bin und bleibe ich ein Mittelloser. Die Armen vor Gott, das sind deshalb die, die diese ihre Bedürftigkeit erkennen. Die Armen vor Gott, das sind die, die wissen, dass das Leben bei allen Mühen und Tun, bei aller Anstrengung letztlich doch nicht aus eigener Kraft gelingt. Jesus preist also gewissermaßen die selig, die sich wie eine hohle Hand Gott entgegenstrecken und die alles von ihm her erwarten. Er meint die, die Gott nicht ihr Geld und auch nicht ihre frommen Werke und auch nicht ihre fordernde Armut entgegenhalten, sondern nur sich selbst. In aller Armseligkeit. Arm sein vor Gott, das heißt dann aber nicht, alles dem lieben Gott zu überlassen und ihn ansonsten auch noch einen guten Mann sein lassen. An unserer Verantwortung für den Gang der Geschichte kann kein Zweifel sein, ebenso nicht an unserer Pflicht, an dieser Welt mitzuarbeiten, damit sie für alle einigermaßen erträglich wird. Arm sein vor Gott meint allerdings grundsätzlich in Frage stellen, dass wir mit uns selber fertig werden. Wir Christen, wir trauen uns das tatsächlich nicht zu, das Leid abzuschaffen. Wir trauen uns das auch nicht zu, den Frieden allein zu schaffen. Wir fühlen uns außerstande, diese Welt so zu verwandeln, dass alle Menschen auf ihr friedlich und in sozialer Gerechtigkeit zusammenleben. Arm sein vor Gott, liebe Schwestern und Brüder, ist deshalb ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, dass wir Gott brauchen, um mit uns selbst und mit der Welt fertig zu werden. Und wir brauchen dabei Gott nicht als Lückenbüßer, der dann einspringt, wenn wir versagen. Wir brauchen ihn von vornherein, um uns selbst zu durchschauen. Diese Art der Armut, die Jesus meint, die will uns helfen, unsere wahren Grenzen zu sehen, die uns allen als Menschen gesteckt sind. Sie hilft, mit Gott zu rechnen, der letztlich die Geschichte schreibt. Dieses Armwerden vor Gott, dieses immer tiefer Eingehen auf Gott, auf seine Pläne, auf seine Vorhaben, gibt die Kraft und die Geduld, diese Welt zu verwandeln, ohne in die Utopie zu flüchten. Was also, liebe Schwestern und Brüder, wird hier selig gepriesen? Die Menschen stiften weiterhin Unfrieden. Die Menschen hassen weiter. Die Menschen verleugnen einander weiter. Sie verfolgen einander weiter. Sie beschimpfen einander weiter. Und wer davon getroffen wird, der weiß, wie weh das tut. Hat sich daran etwas geändert? Daran nicht. Das hat Jesus aber auch nicht selig gepriesen. Für den aber, der wirklich arm geworden ist vor Gott, der alles von Gott her sehen gelernt hat, für den hat sich etwas geändert. Der wird zwar auch trauern müssen wie jeder andere, aber er weiß, dass diese schmerzvolle Trauer nicht mehr das letzte Wort hat. Der lebt jetzt schon aus der Kraft des verborgenen Himmelreiches. Vielleicht darf einer sogar verstehen, dass Gott unsere leeren Hände deshalb so liebt, damit er sie ganz füllen kann. Das macht diese Trauer dann selig. Wenn es das nicht tatsächlich gäbe, wäre es kaum auszusprechen. Wer alles von Gott her sehen gelernt hat, wird auch vom bösen Wort getroffen werden, wie jeder andere auch. Er wird von sich aus genauso versucht sein, es zurückzugeben. Er kann es aber aus dem Wissen um Christus auffangen und dann dem Unfrieden mit Frieden begegnen. Warum? Weil er es sich jetzt schon leisten kann, nicht zurückzuschlagen. Ja, sogar die Hand auszustrecken. Solche Menschen preist Jesus selig. Das sind die Armen, die das Geheimnis der Hoffnung kennen. Sie leben von der Kraft des Himmelreiches. Und das macht sie gelassen. Das macht sie geduldig. Das macht sie stark. Sie sind so etwas wie eine Lichtspur Jesu Christi in dieser Welt. Von ihnen kann Jesus jetzt schon sagen, ihnen gehört das Himmelreich. Schon hier und jetzt, mitten in dieser Welt und nicht erst irgendwann. So einfach, liebe Schwestern und Brüder, und doch so schwer ist dieser Weg unserer christlichen Berufung zur Heiligkeit, zu einem Leben mit Gott im Herzen und mit Gott vor Augen. Bei der Erneuerung der Kirche und damit der Erneuerung unserer selbst geht es deshalb letztlich immer um eine Erneuerung unserer Herzen und um eine Umwandlung unseres inneren Menschen. Nur so erneuern wir uns. Nur so erneuern wir auch unser Erzbistum, wenn wir Tag für Tag erneut versuchen, mit den Seligpreisungen im Marschgepäck auf diesem unserem Weg zur Heiligkeit voranzuschreiten und dabei versuchen, zu jeder Zeit Gott im Herzen und Gott vor Augen zu haben. Amen.